Tischkicker Döckeli Kasten Wutzlau Sorry Tut mir leid, doch mal Tischfußball Tischkicker Döckeli Kasten Was ist das eigentlich? Kasten verstehe ich Döckeli, das ist das Männchen Döckeli Kasten Kasten ist der Kasten Wahnsinn Apfelgeräse Griebsch Hutsen Hitzki Das ist gar nicht so weit weg Drittes Wort Schluckauf Schluckauf Hitzki 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 Schweizerdeutsch macht gar keinen Sinn Hitzki Wir ändern einfach nur die ersten Buchstaben Schornsteinfeger Schornsteinfeger Rauchfangkehrer Cremifeger Das geht noch Tüte Sackle Das finde ich lustig Sackle Das ist nämlich Quark Quark Topfen Quark Oh Oh Kannst du nicht einfach Quarkli zu Quark sagen? Nein Sehr gut Sehr gut Wir sollten es öfter machen Tüte 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 Tüte